Da ist er, der Commando, die Spezialeinheit der GDI und der ist ein richtig, richtig, richtig tödlicher Typ. Die coolen Sprüchen. So, der kann die Gegner aus hoher Entfernung schon in einem Schuss killen. Die Infanterie ist kein Problem für ihn. Schwierig ist... Oh, hat sich einer im Wald versteckt. Schwierig sind Fahrzeuge oder sowas wie hier. Wenn dann da auf einmal noch ein Soldat drinsteht, wenn dann ein Gebäude zerstört und der Commander nicht schnell genug weg ist, um aus dem Schussfeld des Soldaten zu kommen. Ja, Command & Conquer von Westwood. Eine Firma, die später dann von Electronic Arts aufgekauft wurde und die dann allerdings irgendwann aufgelöst wurde. Die gibt es nicht mehr. Die markengerechte für die Commander-Conquer-Serie liegen bei Electronic Arts. Aber wie gesagt, Westwood gibt es nicht. Ein paar von den Westwood-Leuten hatten jetzt zuletzt an dem Grey Ghoul mitgearbeitet, was ihr auch gespielt habt, was ihr auch gut gefallen habt, aber was von dem Commander-Conquer trotzdem ganz schön weit entfernt war. So, Verstärkungen sind eingetroffen. Jetzt müsste hier, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich ein Hubschrauber kommen. Genau. So, den Hubschrauber kann ich den jetzt hier rübersetzen. Ich speichere jetzt trotzdem gleich nochmal ab. Der Hubschrauber kann immer nur sich in Gebieten bewegen, wo, äh, obwohl, ich kann mal probieren, ob der hier absetzen kann. Der kann sich immer nur in aufgedeckten Gebieten bewegen. Worte ist, der Kommando deckt verhältnismäßig viel auf. Zum Beispiel auch hier die Flugabwehr. Ja, da kommt er nicht hin. Naja, okay. Das Level ist natürlich so gebaut, dass der Hubschrauber nicht hier einfach alles wegballern kann. Jawohl, nein. Äh, nicht alles, alles überfliegen kann, so rum. Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade mal gucken, was da gerade passiert. Also, der Level ist so aufgebaut, dass der Hubschrauber nicht einfach irgendwo hin kann und den Kommando mehr oder weniger in die feindliche Basis absetzt. Weil, das wäre natürlich ein bisschen scheiße. Oh, Gott sei Dank. Schnell noch nicht an. Sondern, man kann nur in sehr, sehr, sehr eingeschränkten Bereich mit dem Hubschrauber abfliegen. Von daher muss man sich aufpassen. Ich bringe ihn auch mal in Sicherheit hier auf die Insel. Da kann nichts passieren. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht in irgendwelche Patrouillen reinkomme. Und vor allem nicht in irgendwelche Patrouillen, wo ein Fahrzeug drauf dabei ist. Die sind echt schwierig und gefährlich für mich. So, solche Typen, die merken gar nicht, wenn ein Kollege neben ihnen erschossen wird. Das ist alles kein Problem. Zack. Kein Ding. Kein Ding. Jetzt kann ich hier brav noch die Luftabwehr zerstören. Das ist zumindest der Korridor. Oh, 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 oh. Das war ganz ungefährlich. Das hat mir auch eigentlich zu viele Lebenspunkte gekostet. Das ist immer der Nachteil mit dem, ähm, mit dem Sprengstoff. Das kann eben schnell mal nach hinten losgehen. Wenn man blöderweise, äh, irgendwo ist, wo man, ja, jetzt will ich mal den Hubschrauber wieder. Äh, wo dann plötzlich Soldaten auftauchen, die einen anschießen können. So wie jetzt hier, wenn man ein Gebäude sprengt, dann ist halt im schlimmsten Fall irgendjemand drin. Da kann man nichts machen. Ich versuche jetzt mal mein Glück und, äh, schicke den Kommando rein. Und setze den Hubschrauber hier unten ab. Jetzt ist die Frage, wie weit kommt er? Ja, dahin, das ist nach oben. Schafft das vielleicht. Schaffen wir es, den Hubschrauber hier oben hinzustellen. Dass die beiden gut zusammenarbeiten. Das könnte er noch. Auf einem bestimmten Punkt, glaube ich, muss man in der Mission dann auch ganz schön, äh, Katz und Maus spielen mit dem Gegner. Wenn der einen dann doch mal entdeckt hat, dann kann es ganz schön schwierig werden. Westwood hat ja unter anderem zum Beispiel auch die Lands of Law Serie gemacht, wo ich das Lands of Law 2 gespielt habe und damals richtig, richtig toll fand. Ich habe es nie durchgespielt, weil es, äh, äh, ich habe das als unglaublich schwer in Erinnerung. Äh, ab einem bestimmten Punkt. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, was ich eigentlich machen sollte. Das war auch irre groß. Ähm, und in Lands of Law 3, also das sind Rollenspiele gewesen. Und Lands of Law 2 war auch schon ein 3D-Rollenspiel. Zumindest, dass es 3D-Welten gab und man hat es aus der Ich-Perspektive gespielt. Die Gegner waren aber noch Strides, also, äh, 2D-flache Figuren, die dann animiert waren. Da wurde aber auch schon viel mit Render-Sequenzen und mit Schauspielern dann zugespielt. Und dann gab es, glaube ich, die Orte. Die waren dann immer, äh, teilweise so als vorgerenderte Sets auch schon gebaut. So, jetzt muss man die Frage, was soll ich denn eigentlich genau machen? Ich schaue mal meine, mein Auftrag. Wir nutzen den Kommando, um die Nordbasis zu infiltrieren. Zerstören sie, um die Basis auszuschalten. Ich tippe mal drauf, ich soll den Bauhof zerstören. Ja, das ist eigentlich so immer das, das Klassische. Oh, und da sind Flammenwerfertypen dabei. Shit, 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 shit. Ah, nee, 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 Mist, jetzt haben sie... Ah, ja, das war's. Ja, ich möchte den Einsatz neu beginnen, aber ich lade die... Mission, das ist hier die. Jetzt schicke ich ihn nur in den Rücken lang. Hubschrauber schicken wir mal Sicherheitshaber hinterher. In Ordnung. Ja, Sir, schon dabei. Wird erwidigt. Wird erwidigt. Wird erwidigt. Wird erwidigt. Ich weiß gar nicht, was hat Westwood denn eigentlich... Westwood hat natürlich dann auch Dune gehabt. Und wo dann ja später auch nochmal so eine Art, HD-Version von Dune 1 kam, nämlich mit der Grafik-Engine von Command & Conquer, von Command & Conquer 95, also diese SVGA-Version, kam dann nochmal Dune 2000. Und dann kam aber irgendwann später, als sie ins 3D-Zeitalter gewechselt sind, kam auch tatsächlich nochmal ein... ein richtiges Dune... ein richtiger Dune-Nachfolger, wo es dann auch auf andere Planeten und so ging. Das war dann nochmal eine andere, was nochmal... und jetzt bringen wir den mal hier näher an. Mit ein bisschen Glück. Wenn wir den hier alle gut für noch ausschalten, ja, sieht ganz gut aus. Das Blöde ist, ich kann den Hubschreiber nicht benutzen, um hier hinten lang zu kommen. So, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Steig ein, steig ein, steig ein. Das ist jetzt ein bisschen die Frage, wo ich lang soll. Was kann ich denn machen? Kann ja nicht. Kann ja nirgendswohin. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Das Blöde ist, der Hubschrauber landet natürlich auch immer. So, jetzt haben sie... sind die da aus der Basis raus. Nur... kann man in der Basis nichts machen. Verdammt, du Scheiße. Der ist eigentlich schon zu verletzt. Der hätte niemals so verletzt sein dürfen. Kurz warten, bis das Fahrzeug wieder rauskommt. Wenn der wieder rauskommt. Oh Mann, 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 Mann. Oh, was war das? Zu gefährlich. Wo ist denn das? Ist das ein wilder Auto? Oh, shit, 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 shit. Oh, verdammt, krass. Oh, nein. Nein, oh, shit, die holen den doch runter. Ja, da kann ich nicht einsteigen. Da kann ich nicht einsteigen. Das war's. Ja, und der zerstört mich hier. Das schaffe ich nicht. Und der schießt mich ab, oder? Okay, 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 okay. Wo muss ich rein? Ich muss in den Bauhof. Wo ist der Bauhof? Wo ist der Bauhof? Wo ist der Bauhof? Oh Gott, soll ich die Radaranlage zerstören oder den Bauhof? Ich weiß es nicht. Ich zerstöre jetzt den Bauhof. Ich zerstöre den Bauhof und versuche mein Glück damit. Ja! Tja, Dokumento musst du dran glauben. Aber er ist ja für eine gute Sache gestorben. Also was soll's. Sind wir mal ein bisschen fies? Mir fiel gerade ein, Westwood. Die haben ja auch Blade Runner gemacht. Also das Spiel dann zum Film, obwohl es ja nicht... Das Spiel zum Film-Universum, sagen wir mal so. Ich habe leider auch nur bis zur Hälfte gespielt, als er ein Adventure war. Und da war ich irgendwann... Wusste ich nicht mehr so richtig weiter. Aber es war super. Es war ziemlich, ziemlich cool. Auch vor allen Dingen mit alternativen Lösungswegen und mit unterschiedlichen Endsequenzen. Das war schon ziemlich besonders. Und Nox haben sie gemacht. Siehst du? Westwood hat Nox gemacht. Nox war ein super cooles Action-Rollenspiel. Total geil mit realistischen Sichtlinien. Oder, ich weiß jetzt realistisch, aber es wurde halt immer nur das in der Welt aufgedeckt, was man tatsächlich sehen konnte. Das war toll. Commander, gab es da Unklarheiten mit dem letzten Befehl? Wir wollten, dass Sie alles ausschalten, aber Nod hockt immer noch da. Wir können Ihnen jetzt eine komplette Einheit zur Verfügung stellen, aber diese Mission muss dafür auch klappen. Beseitigen Sie alle Nod-Kampfbots und Installationen, was immer Sie finden. Und reprogrammieren Sie Ihre Droiden. Erbeutetes Tiberium ist mit äußerster Sorgfalt zu transportieren. Es scheint einen negativen Einfluss zu haben, um das auf Bots und Menschen auszuüben. Ende. Hihi. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind eingetroffen. So, noch schnell gespeichert und dann geht es in der nächsten Folge mit der Mission hier weiter. Also, bis dann.